Matthew Kidman war ein langweiliger Streber. Die Auszeichnung für den Anführer von morgen geht an Matthew Kidman. Bis er den heißen Fehler von nebenan sah. Wow, die ist ein Knaller. Oh mein. Matthew, komm runter. Das ist Danielle. Sie passt auf das Haus ihrer Tante auf. Zeig ihr doch die Gegend. Sofort? Ich würde gerne noch mehr sehen. Du denkst doch nicht, dass ich jetzt hier einen Strip hinlege. Entschuldigung. Woher weißt du, dass niemand zu Hause ist? Ich weiß es nicht. Lass es drauf ankommen. Was ist das Verrückteste, was du je getan hast? Ich würde sagen, das hier. Sie war alles, wovon er träumte. Ich bin ganz feucht. Darf ich reinkommen? Das ist Danielle. Alter Schwede. Ich weiß. Alter Schwede. Ich weiß. Doch daran hätte er im Traum nicht gedacht. Vielleicht solltest du dich hinsetzen. Tja, dafür brauchst du noch ein härteres Stück Holz. Das ist sie nicht. Doch, das ist sie. Oh nein. Oh ja. Oh? Matt, sie ist ein Pornostar, okay? Fahr mit ihm in ein Motel und... Alles klar? Ella, ich mag Daniel. Du kannst die auch noch mögen, wenn dein Penis in ihr steckt. Matt, bitte! Pop sie für mich! Für mich! Erst wenn du aufhörst, auf Nummer sicher zu gehen... Ich vergesse mal alles. Bist du okay? Nein. Was kann ich tun, damit es dir besser geht? Ich weiß nicht. Fängt das Leben richtig an. Du siehst wirklich toll aus. Danke. Du siehst wirklich zauberhaft aus. The Girl Next Door. Gehen diese Mädchen auf eure Schule? Ehrlich gesagt, nein. Das sind Pornostars. Oh, natürlich. Natürlich. Gehen diese Mädchen aufhörst.